In diesem Video geht es um das Zebra. Ich erkläre dir, wie Zebras aussehen, wie und wo sie leben und wie sie sich ernähren und fortpflanzen. Das Zebra ist ein Säugetier mit einer Höhe von etwa 1,2 bis 1,5 Metern. Es hat einen schlanken Körper und lange Beine, die es schnell laufen lassen können. Das Fell des Zebras ist weiß mit schwarzen Streifen. Jedes Zebra hat ein einzigartiges Streifenmuster, das es von anderen Zebras unterscheidet. Die Streifen helfen dem Zebra, sich vor Raubtieren zu schützen, indem sie seine Konturen verwischen und es schwieriger machen, es zu erkennen. Zebras leben in Afrika, südlich der Sahara, in Gebieten mit offenen Savannen und Grasland. Sie sind Herdentiere und leben in Gruppen von bis zu 30 Tieren. Innerhalb der Gruppe gibt es eine Hierarchie, bei der bestimmte Tiere dominanter sind als andere. Zebras sind in der Regel friedliche Tiere, aber sie können aggressiv werden, wenn sie sich bedroht fühlen. Zebras sind Pflanzenfresser und ernähren sich hauptsächlich von Gras, Blättern und Zweigen. Da sie in trockenen Gebieten leben, müssen sie in der Lage sein, längere Zeit ohne Wasser auszukommen. Zebras können bis zu fünf Tage ohne Wasser auskommen, indem sie den Flüssigkeitsbedarf aus den Pflanzen, die sie essen, decken. Zebras haben eine Tragezeit von etwa zwölf Monaten, nach der das Weibchen ein Fohlen zur Welt bringt. Das Fohlen wiegt etwa 35 bis 45 Kilogramm und kann innerhalb von nur einer Stunde nach der Geburt laufen. Es bleibt etwa ein Jahr bei seiner Mutter, bevor es sich einer eigenen Herde anschließt. Zebras sind immer noch weit verbreitet in Afrika, aber einige Arten sind gefährdet, insbesondere das Bergzebra und das Grevizebra. Die Hauptbedrohung für Zebras sind die Verluste ihres natürlichen Lebensraums durch die Ausbreitung der Landwirtschaft und die Jagd auf ihre Haut und ihr Fleisch. Einige afrikanische Länder haben Schutzmaßnahmen ergriffen, um die Zebras zu erhalten, aber es bleibt noch viel zu tun, um ihre Zukunft zu sichern.